Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Umsieds bei dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Region Grundorf, Verso 2. Und wir werden heute die Linie 74 vom Einsteindorf ZOB zum Grundorfer Hauptbahnhof fahren. Und unser Bus ist heute eine CETRA S415NF. In der Einzeltürvariante fahren wir heute. Ja, und wir fahren außerdem im RGV Repaint. Das ist das Repaint der Verkehrsbetrieb der Region Grundorf. Ja, ich habe ihn in der OMSI Webdisk gefunden. Wirklich ein sehr schönes Repaint. Ja, werdet ihr in der Beschreibung unten den Download-Link dazu finden zu dem Repaint. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal gleich rein. Vorne ins Cockpit. Und machen den Busstart klar. Ja, aktuell 14 Grad im Bus. Können wir schon mal ein bisschen die Heizung anmachen. Ja, können wir auch die Zusatzheizung anmachen. Damit wir jetzt schnell aufheizt. Ja, wir fahren heute mal hier am Morgen. 8.10 Uhr haben wir aktuell hier im Spiel. So, dann machen wir noch Fahrgastbeleuchtung an. Vorne das Licht, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, sieht wirklich auch sehr schön aus, der Bus von innen. Neue Sitzbezüge. Da hinten haben wir ja die Außenschwenktür. Und vorne hier die Einzeltür, die auch nach außen schwenkt. So, wir geben ein. Die Linie 74 fahren wir ja. Und die Route 01. Stimmt das? Äh, ja. Ähm, ja, die Matrix sieht irgendwie gerade ein bisschen komisch aus. Ah, jetzt hat sie geschildert, okay. Ja, wir fahren zum Grund auf Hauptbahnhof, wie gesagt. Abfahrt haben wir in knapp 10 Minuten. Da werden wir gleich vorspulen. Wir haben ja dann den Einstieg. Die Stadthaltestelle müsste ja hier sein. Ne, hier ist 72. Ähm, hier ist sie. Okay, alles klar. Ja, dann fahren wir mal vor. Ja, wollen die jetzt schon bei uns einsteigen, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall offiziell halte ich ja da weiter hinten am Bussteig. Am Feuer. Ne, da sind wir noch nicht. Die hat schon automatisch jetzt zurückgeschaltet. Ähm, wir haben Abfahrt um 8 Uhr 21. Dann würde ich mal vorspulen auf 8 Uhr Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. Oh, das ist hier noch D-Mark. Okay. Dann gebe ich jetzt über Steuerung K zurück. Weil wir haben ja hier eigentlich eine Euro-Kasse. Ja, das ist ein bisschen schade. Dass hier auf der Karte noch D-Mark ist. Das könnte man vielleicht noch ändern. Hallo. 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 Ja, als KI fahren hier die M-A-N-N-G's rum, diese älteren Wurzel. Bitte abfahren. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch eine alternative AI-Liste gibt mit moderneren Bussen. Ich glaube aber nicht. Ja, auf jeden Fall sonst. Mein Eindruck zu Karte ist auf jeden Fall sehr positiv. Wie der Einstein-Dorf-ZoB ist schön gestaltet. Hier auch mit diesen... Äh, wie nennt man die denn jetzt gerade? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ja, mit diesen Dächern halt hier. Unterstell-Dächern hier am ZOB. Wirklich sehr schön gemacht. Ja, dann wollen wir uns jetzt mal gleich den Rest der Karte anschauen. Also wir fahren natürlich jetzt nicht über die ganze Karte hier mit der Linie, sondern nur ein Teil. So, wir müssen links. So, jetzt könnte er auf... Ampire. Ampire umschalten, genau. Hat er auch in dem Moment gemacht. Perfekt. Das hier sind glaube ich die LED-Ampeln, soweit ich weiß, oder? Ja, müssen die sein. Das finde ich auch sehr gut. Moderne Ampeln. Ja, also es ist ja eine Erweiterung von Grundorf. Also dieser, sage ich jetzt mal, Testkarte, die ja beim OMSI-2-Hauptspiel dabei ist. Ist das hier eine Erweiterung. Ist ja jetzt auch schon längere Zeit draußen. Der Release war, glaube ich, am 11. Juli 2018. Wenn ich richtig informiert bin. Ist also schon ein bisschen hier. Ein paar Monate. Ja, die ersten Versionen. Hier will niemand mit, okay. Ja, jetzt noch aussteigen. Ja, von mir aus. Dann aber schnell. Ja, also in der ersten Version gab es insgesamt vier Linien für die Karte. Einsteindorf, Rathaus. Ui, das war aber gerade knapp. Ja, das war dann einmal die Linie 10, 70, 72 und 76. So steht es in der Readme drin. Ja, und es gibt ja jetzt seit, ich weiß gar nicht jetzt wie lange, einigen Wochen, sind es glaube ich her, gibt es jetzt auch die Version 2. Für die Karte für die Karte Region Grunddorf. Und da sind insgesamt sieben Linien fahrbar. Hallo! 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 Ein Fahrschein bitte! Ein Fahrschein? 2.70. Dankeschön! Bitte! Ein Ticket bitte! Danke! Das machen wir jetzt mal gerade so. Schon ein bisschen Verspätung. Ja und jetzt sind ja in der neuen Version Version 2 insgesamt 7 Linien wie gesagt enthalten. Das ist dann einmal die Linie 10. 70, 72, 74, 75, 76 und 77. Wer hat denn jetzt hier Vorfahrt? Es fehlen irgendwie noch die Vorfahrtschilder. Normalerweise hätte ich jetzt Vorfahrt gehabt. Haben sie ja auch angehalten. Aber da komme ich natürlich jetzt nicht hier rum wenn er sich hier hinstellt. Ui. Wieser. Ja dann wurden in der Version 2 die Ansagen verändert. Nochmal überarbeitet. Ja und es wurden noch weitere Städte. Ich glaube es sind insgesamt jetzt 2 Städte die man anfahren kann. Und dann noch Dörfer ausgebaut. Guten Morgen. Morgen. Ich müsste gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Ja. Hier wurden halt noch äh ich glaube 2 oder 3 Dörfer wurden noch hinzugefügt die man auf der Karte fahren kann. Driesdorf Kirche. Also eben die Performance am ZOB da in dem Bereich die war jetzt eben nicht so gut. Hier ist sie jetzt nochmal besser. Hier ist auch eine schöne Herausforderung die Karte die ich finde. Und es gibt auch eine Schulbuslinie. Beziehungsweise Schnellbuslinie. Das ist die Linie 10. Und die fällt dann allerdings nur morgens. Ich glaube von 6 bis 8 Uhr oder so war das und dann wieder mittags. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Eine Kurzstrecke bitte. Jo danke. Ja ich gebe jetzt mal heute die Tickets. Größtenteils jetzt mit Steuerung T zurück und halt T für Fahrscheinverkauf weil... Geht erstens schneller und zweitens haben wir halt keine Demakasse hier. Im Bus verbaut. Maio Straße. Das war der falsche Karte. Maio Knopf. Maio Straße. Ist glaube ich nach dem YouTuber das Maio benannt. Wenn ich richtig informiert bin. Einer mal einen Fahrschein bitte. Guten Morgen. Ja also die Karte gefällt mir wirklich richtig gut. Lügendherberge am Zürchen. Moin. War gar kein Fahrrad drin. Das sind schon die modernen KI-Busse. Beziehungsweise die... Ja doch die KI-Busse. Die autonomen Busse. Und er hat nicht geblinkt. Da fehlt dann wohl der Blinker-Part. Und ich glaube und die Karte wird auch noch äh... noch weiterentwickelt. Wenn ich richtig informiert bin. Guten Morgen. Morgen. Ja ich würde mir halt wie gesagt noch ne... erweiterte AI-Liste wünschen. Mit moderneren KI-Au... KI-Fall... Ne KI-Bussen. So. KI-Autos habe ich mir ja schon selber eingefügt. Die moderneren. Ja und dann halt noch Euro-Währung auf der Karte. Hüttenstraße. Das ist ja glaube ich auch die... die erste Map die der Entwickler dieser Karte hier veröffentlicht hat. Also seine allererste Map die er glaube ich gebaut hat. Wenn ich richtig informiert bin. Hallo. 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 Da haben wir mal ein bisschen Verfrühung. Dann warten wir mal noch grad. Natürlich kann man die Karte jetzt hinten mit Alheim-Laurensbach-Updated vergleichen. Das ist ja ganz klar. Aber trotzdem. Also ich muss schon sagen. Ist ja eine Freeware-Karte. Man braucht hierfür keine weiteren Add-Ons. Und ist schon wirklich gut gemacht. Und wenn die noch vergrößert wird. Und noch weiterentwickelt wird. Ist das richtig gut. Ist das richtig gut. So. Da habe ich auch schöne Baustelle eben. Moin Kollege. An der alten Stahlhalle An der alten Stahlhalle Ich hatte eigentlich Vorfahrt, aber dann ist der Umseker eh egal Hallo 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 Ich glaube es gibt ja auch KI Zugverkehr Soweit ich weiß in der neuesten Version Ich bin der Körs 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 Ja in Südorf fahre ich auch ganz gerne Ist auch ein schöner Bus Hier auch schön mit der Fairgo Ich kann ja mal ein bisschen aus der Fahrgastperspektive umschauen Und die Ampel lässt sich aber Zeit Körs 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 Was ist denn jetzt los? Jetzt hat sich das Automatikgetriebe ein bisschen verschaltet. So, und dann sind wir auch schon gleich da, am Grunddorfer Hauptbahnhof. Die Fahrzeit war ja ungefähr der Linie beträgt ja 15 Minuten, also es ist eine etwas kürzere Linie. Ich glaube es gibt auch noch längere Linien soweit ich weiß. So, was müssen wir denn jetzt halten? Ich glaube da drüben. Es müsste hier sein. So. Ja, alles okay, wunderbar. So, dann lassen wir die Leute noch aussteigen. Das hätten wir in 3 Minuten Aufenthalt und dann wird es vermutlich wieder zurück gehen. Ähm, zum Einstellen auf Zopp, genau. So. So, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hier ist es bei der ganzen Art Voilà.